Das ist Friedhelm, mein Bruder. Er wird uns keine große Hilfe mehr sein. Das ist Friedhelm, mein Bruder. Es gibt keinen Sinn! Gott hat uns verlassen! Ich kriege es mal los, es ist sinnlos! Das wäre für den Verwünscht. Ich verstehe, dass unsere Adresse draufsteht. Ich verstehe, dass unsere Adresse draufsteht. Man sagt, dass alles um einen Raum still wird. Im Moment des Todes.